Die offene Musikschule Olten bietet mehr Raum und Zeit für die Musik. Sie soll zu einem neuen Lebensraum werden. Schülerinnen und Schüler können über mehrere Stunden an die Musikschule kommen. Die Lehrpersonen sind Coaches vor Ort. Alle Räume der Musikschule, auch der neue Silent Room, stehen offen zum Musizieren, für Musiktheorie und Musikgeschichte, zum Experimentieren und um Neues zu entdecken. Die offene Musikschule ist ein freiwilliges Angebot. Es bietet Raum für gegenseitige Inspiration und fürs Experimentieren am Instrument, alleine oder mit anderen. Die Musikschule ermöglicht damit die Entwicklung von Eigeninitiative und Eigenverantwortung, bietet eine umfassendere Förderung unterschiedlichster Kompetenzen und öffnet neue, vielseitige Zugänge und Erfahrungen rund ums Musizieren. Sie trägt dazu bei, dass aus einzelnen Schülerinnen und Schülern ein Klassenverband werden kann. Im Pilotjahr 2018-19 engagierten sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler durchschnittlich zwei Dreiviertelstunden pro Woche in der Musikschule. Die Feedbacks von Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrpersonen waren äusserst positiv. Die Zustimmung der Direktion Bildung und Sport für die Aufnahme des Angebotes in den Regelbetrieb erfolgte Ende August. Aktuell bieten sieben Lehrpersonen offene Musikschultage an. Die Musikschule Die Musikschule